Und es ist Showtime! Dicht an der Grenze des Wahnsinns liegen, des Unglaublichen hier bei Hypnose Vault. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun gehe ich zum TS. Schnubbelibubs. Achtung, jetzt beat up. Ich habe noch schnell die Aufnahme gestartet, Leute. Und hier, Empty, bist du da? Kannst du mich hören? Ja, ich bin da. Empty, was sagst du dazu? Guck mal, ich vergesse dich immer. Aber du bist schon ein Star. Die Leute kennen dich schon alle. Merkst du das? Hier, Flo hat gesagt, du bist Subscriber. Das heißt, du wirst langsam schon ein Star. Ist dir das bewusst, ja, eigentlich? Herr Sarah hat mich vergessen. Der einzige, der mich noch kennt, ist Flo. Nein. Ich habe mich überhaupt nicht vergessen. Jo, ist klar. Jo, ist klar. Empty, wir sind bei dir. Du weißt, wir dürfen die Hoffnung niemals aufgeben. Es wird alles gut, auf jeden Fall. Guck mal, jetzt spielst du mit. Du musst die Mariah Carey jetzt vielleicht sein oder so. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, du bist da. Ja bitte, auf Flo kann man sich ja nicht verlassen. Doch, ab und zu bringt der Flo Leistung. Doch, doch. Nee, ab und zu. Überhaupt nicht. Nef, ich war eben Top-Fragger und nicht Flo. Also, ich muss jetzt mal sagen, ne. Ich habe die erste Runde, da habe ich drei Kills gemacht. Ja, ich war dort so Top-Fragger. Nee, nee, darum geht es nicht. Erste Runde habe ich geholt. Ja. Habe ich geholt vor allen Dingen. Habe ich geholt. Der Stern wieder. Wer hat der Stern wieder gesprochen? Ja, das ist ein, wie nennt man das, auslöschender Stern. Auslöschender Stern. Der wird bald nicht mehr langleuchten. Eigentlich muss man ja singen. Du bist mein Stern. Das ist meine Bestimmung. Das ist ja meine Bestimmung bei Kosi zu sein. Also von daher. Ja, für einen kurzen Moment. Hier, hör mal. Hier, Chris schreibt. Hier, guck mal. Chris schreibt doch, heute Mittag war Flo super. Wann denn heute Mittag? Nee, jetzt fällt Chris noch mit in den Runden. Wo war er Flo super? Heute Morgen, wo man es gestern irgendwann war. Gestern. Also er heute Morgen. Und Rio sagt, das ist ein Subgame. Ja, Subgame. Genau, ein Suppengame. Das ist ein sogenanntes Suppengame, kannst du sagen. Ein Subgame. Seid ihr hier so empty und seid ihr alle bereit? Seid ihr alle bereit? Ich bin eigentlich immer bereit. Aber auf Cash darf man bei mir nichts erwarten. Ich bin scheiße auf Cash. Ach, du musst positiv denken. Du wirst eines Tages der Größte auf Cash sein. So musst du denken. Du musst dich so negativ empty. Denk einfach. Ich hab die Kache immer rausgenommen. Nein. Oh, Cash ist raus. Jawohl. Denk positiv empty. Denk positiv. Du wirst, egal wo du spielst. Du wirst hervor. Leute, ich bin noch gar nicht drin. Ich kann das gar nicht annehmen, weil ich gar nicht da bin. Du wirst eh das 2. Und Koppel. 10 auf 10. Da bin ich auch bad. Das 2. Koppelstone, Agency, Overpass. Wollen wir das 2 nicht rausnehmen, Leute? Wow, Yvonne. Leute, wollen wir nicht das 2 rausnehmen? Ich sage. Ready. Was sagt ihr dazu? Mega. Ich spiel alles. Außer Cash. Na, bei das 2 sind doch die alten Pro-Gamer wieder alle. Nein. Wir kriegen jetzt Silbergegner. Die werden easy peasy. Bin ich konfidenten, kaufe erst mal ne Diegel in der ersten Runde. Ne Diegel, Diegel, Diegel. Oh, Mann, naja. Homemap. Wer bist du danach an einem Sub-Game interessiert? Was heißt ein Sub-Game? Was meint er damit? Äh, Subscriber-Game. Ja, mehr oder weniger, ne? Hardstyleicious ist ja kein Subscriber. Richtig. Kannst du nur Hardstyleicious? Hier steht, verschenk keinen. Mach mal, Tromm, zu sehen. Wann? Hey, was? Verschenk... Machintestücke von Kaloschnikop. Ja, Mann, ey, hallo. Ach so, der Herr Kaloschnikop war, er hat einen großen Koffer. Ah, nee, debu. So, jetzt haben wir das, Leute. Übrigens habe ich eben verloren. Aber scheiß drauf ist egal. So, was auch gut wir testen jetzt was, ne? Test mal du. Ist ja egal, bin ich ja wieder Silbervier aus. Prost, ich bin übrigens hinter dir, ne? Ja. Ich habe... Warum schleichen wir eigentlich? Das ist doch ein Rennenspiel. Hier muss man rennen und töten, oder? Aber warten, bis diese Yvonne wieder da ist, ey. So ist das ja langweilig. Ich habe echt keinen Skill, oder? Oh, die! Ich habe echt keinen Skill, alter Schi. Das ist voll peinlich, ey. Hoffentlich sieht das nicht meine Mami oder so. Oh! Alter, ich habe den gar nicht gesehen, Junge. Ich sehe ja gar nichts. Gerade noch so gesehen. Oh, ich sehe gar keine Gegend, alter. Der steht da fünf Stunden. Ey, irgendwie ist der Sound auf der Map total komisch, oder bin ich das? Das weiß ich nicht. Ich... 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 Ich gehe nach Instinct. Ich höre nach Instinct. Ich spiele nach Instinct. Oh, da ist einer. Der hat mich jetzt gesehen. Kann man hier auch überkill, wie geht die Schuhe ausziehen? Warte, die Schuhe anziehen? Ey, ich habe meine Schuhe jetzt an. Ich habe mir Sneaker gekauft, Alter. Die Sneaker sehen so Bombe aus, ne? Schuhe anziehen. Ja, da ist die Sion wieder da, dieser komische Mensch. Hä? Seid nett, sondern ihr wisst, wir brauchen viel Liebe, viel Peace. Peace. Oh mein Gott, bin spät. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Alter, das spielt mich frei. Aber, oder? Der P200.000? Der P200.000? Ich sehe das nicht. Hätte ich jetzt. Über die Awe. Muss der Torholt wohl grenzenlos sein. Ups. Das Spiel werden wir verlieren. Hä? Aber man muss positiv denken. Aber wenn ich schon so mit der Awe in Reihen bekomme, sieht das nicht gut aus. Was ist denn? Oh, guck mal da. Da ist er ja. Ich bin so behindert. Warum lau wieder? Warum startest du das Spiel denn jetzt? Ich kann noch nicht. Ich bin noch nicht zu Ende gefällt. Nein. Mit den Händen oder so. Oder Edna. Ach so. Wir machen 5 gegen 5. Machen wir ganz selten. Wir sollten nach A gehen. Oder B rushen. A, B, A, 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 B, B. Quick Mavs hier. Quick Mavs. Missed and Hot. Zu spät. Just Source, Jungs. Raw Source. Ich spiele gerade mit den Zuschauern. Wir spielen gerade mit den Zuschauern. Hättet ihr wieder geploggt in Mitte. Nice. Fängt gut an. Du musst öfters vorbeischauen, dann kriegst du das mit. Easy bread. Easy life. Da liegt der USPS. Herr Kaugen, Yvons. Alter, lang hat gepusht. Nope. Es funktioniert nicht. Nope, 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 nope. Ich muss nachher gucken. Oh, I need help you. Ey. Mitte unten down. Ja. Lang, lang, lang will keiner mehr sein, weil der hat durchgesucht. Nee, blänt einfach. Der letzte wird kurz kommen. Über kurz oder lang, Toyota. Müssen wir da einspielen hier. Er saved seinen USP hier, pass auf. Nee, ich mein USP. Ah, kommt kurz, ne? Na ja, der kommt von da. Der stirbt nicht oder was? Komm, komm, komm schon. Du warst der Glatzkorb, Andy. Du warst der Glatzkorb. Der alte Opa? Selten heißt er, ja, nicht nie. Warum nicht danach zu gehen? Wir spielen doch schon grad mit Zuschauern. Hast du nicht gehört? Hör doch. Hör meine Worte, höre mein Flehen. Wir spielen grad mal Zuschauern. Alter, Mann. Wo geh mal hin? Wo kommen wir denn jetzt? Alle, die du grad hier hörst, sind alle Zuschauer. MPs und Kepler. Wir sind eigentlich nur Bots. Sprechende Bots. Hörst du? Das sind sprechende Bots. Verrückt, oder? Sprechende Bots. Wollt die Bombe mitnehmen? Was ist das, was wir erleben? Ich meinst doch nicht, die Bomben ist ein Liebnis durch die Gegend. Ja, das ist total unerrotisch. Mitte unten einer mit Hit wahrscheinlich. Schreckt ihr die bald? Danke. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich Sarah nicht aufschieße. Geh mal, geh, pusht vor, pusht vor. Nein, 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 nein. Pusht vor, Sarah. Ja, irgendwann... Meine Fresse, Alter. Ist der endlich gestorben, der Vogel? Ja, nicht schon, halt... Nein, ich kose mal, ich schieße eine... Ich schieße sowas von gut. Nee. Angriff! Oh, fuck. Schott. Nein! Schott oder ZT. Ja, schott. Oh, Mann. Also, geht doch, Mann. Ich habe keinen Spray. Hü! Hü! Ripp! Ich treffe nicht mehr. Ich habe irgendwie Kleber meiner Waffe. Oh, meine Waffe. Oh, mein Gott. Hehehe. Bitches are not food. Bitches are not food. Ich salte mal auf AK47. Das ist immer noch das Beste, Alter. Eine Waffe, Mann. Ey, kennst du den Emil? Puh, wir haben uns die Köpfe zusammengeschlossen. Das ist so episch. Oh, Flashback. Wo willst du hin? Oh, 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 oh. Böses, böses Bonsdingel. Haben wir noch zwei ablagen? Ja, ich kann gerade nicht. Ich komme. Pusht. Kannst du die flangen? Da ist noch einer, Kosi. Echt, jetzt? Ich komme von kurz. Ich komme von kurz. Immer Stress auf kurz. TG spawned einer. Ist so, so habe ich gesagt. Gut gemacht, Sarah. Gut. Was für eine Waffe? Nein, keine Waffe. Habe ich eigentlich die Bombe? Lauf rein jetzt. TG, komm, komm, komm mal. Komm mal auf A. Hessensam. Ich komme, los. Lauf, lauf. Nein, ich komme. Ich habe schon eingekickt. Unten, unten, unten ist einer. Hü, hü. Hü, hü. Ah, okay. Müsst nur zuhören. T, der letzte. MT, siehst du das? Warte. Ja. Hü, ist geplantet. Vom T-Spawn. Wo ist denn der letzte? Ist da unten? Ist immer noch CT. Ja, ich war damit beschäftigt, Fußball zu spielen. Oh, nice. Du warst beschäftigt damit, Fußball zu schauen. Ich dachte, den gibt es nur im T-Spawn. Hast du den vom T-Spawn mitgenommen? Ja. Ja. Vom T-Spawn einmal komplett lang, Alter. Langer, langer, lang, 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 lang. F***ing A, A, B. Wo gehen wir in B? Ich gehe wieder A. Äh. Ja. Ja. Ich höre euch dann da mit B. Ehe keiner B gegangen. Ihr könnt B drauf. Ihr rennt einfach von B drauf. A sind zwei. Es dürfte keiner B sein. A sind zwei. A sind zwei. Ja, ist klar. Einschreckt das mit der Nägel. Oh Mann, ich bin so bad. Einer ist lang. 50. A sind auf jeden Fall zwei. Ja, ich auch. Äh, wie viel hast du gezogen? 50? Äh, so acht. Gehraus! Ich bin zu dick für die Scheisse, Alter. Äh, musst du alleine holen. Der hat 28 HP-Kosen. Ah, hätte ich nicht nachgeladen. Ich hätte nicht nachgeladen. Er ist so ein eklischer Typ. Ja, Mann, das ist ein eklischer Typ. Der macht einfach unsere Bombe kaputt. Das ist voll ein eklischer Typ. Warum denn? Was ist das? Da kann man nicht dev spielen. Das geht nicht. Das ist voll ein eklischer Typ. Der hat unsere Bombe einfach entschärft. Ja, so ein eklischer Typ. Das ist voll der eklische Typ, Alter. Ich spiel Awe. Ich spiel Maria. Oh, ho, 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 ho. Ich weiß, der war flach jetzt. Ich kann ja auch AK legen, ne? Empty. Empty wird zu AK. Ach, nee, nee. Oh, gehen wir hin, Leute. Schnell, A oder B. Schnell, schnell, schnell. A wird wieder. A werden. Aha, aha. Nee, Alter. A werden. Leute, wir müssen uns besser absprechen. Wir haben eine Absprache. Das ist schlimmer. Das ist schlimmer. Einer B. Nein, never mind. Der ist Mitte. Der steht Mitte unten an der Box. Was hat da meine K... Da ist einer drin. Da ist einer drin. Linke Seite. Jetzt noch mehr. Der Bot. Der Bot. Wir haben den Bot gekillt. Einer kommt Mitte zu B. Hatte denn eine Waffe? Da ist noch einer drin. Hast einer. Habt einer erwischt? Geh doch einfach B mit der Bombe. Sarah. Geh B mit der Bombe. Was ist hier los? Ich bin verwirrt. Ach, wer sitzt da wieder? Herr Doktor, ich bin verwirrt. Ich brauche Tabletten. B ist frei. Auf langen... Steht noch Afe. Aber die... Steht bei CZ. Er war frei. Komplett. Leg einfach. Wow. Oh, ich bin erschrocken. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich CZ geguckt habe. Hatte gemovt. Ah, Mitte kommt hoch. Fuck, Alter. Woher wusste der, dass ich da bin? Ich zeig dich einfach nicht. Warte mal, Igel. Wie viele Kills hat ein Igel? Wir behalten mal Igel im Auge. Wenn der nachher wieder 35 Kills hat, wissen wir Bescheid. Ich hatte das jedes Mal mit einem Schuss erhört dich drei Sekunden lang. Auf deinen Kopf. Also, er läuft rein, wartet drei Sekunden und schießt. Mit links schießt man. Links, ja? Ach so, links zu schießen. Sagst du das mal nicht? Ja, genau. Ich wundere mich schon immer. Also, für die Zuschauer denkt dran, bitte, links. So, vier, da. Links ist schießen. Alles klar. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch besser werden. Ja, gib mal, gib mal B einfach. Ich habe immer alle Tasten gedrückt. Das ist wie bei LOL. So, jetzt. Wo gehen wir hinten? Geht einfach mal B. Wir gehen immer falsch, oder? Bei der Window, könnt ihr nachkommen? Komme. Und die sneaken hier so. Lang. Snippy piggy. Lang dürften zwei sein. Getallet. Ein. Kurz, es gesmoked. Die sind eher alle A. Einer Window dropped. Hisset mich, man. Nein, die sind alle CT. Mitte, step. Mitte, unten, step. Go ahead. Make my day. Great. 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 Gute. Ach, dieser Awe-Boy. Alter, ich treffe ihn halt nicht, ne? Weil er rumzuckelt. CG-Spawn-Awe. Tschüss, ich muss gehen. Was ist denn das hier für eine Schuss? Nein, nicht sterben. Ich wollte auch nicht sterben. Ich wollte nicht sterben. Das ist so lang. Ich wollte auch nicht sterben. Ich war noch so jung. Ich brauchte das Geld. Also, ich hab die Runde überlegt, Leute. Mit einer M4. Ja, schwach, Flo. Das ist nicht schwach. Guck mal, wir sind alle glorreich gestorben. Ja, ich auch. Ich hab noch wen getötet. Aber der hat mich leider nicht mehr getötet. Er hat es nicht mehr geschafft. Als Terrorist muss man doch sterben. War das nicht so? Wo geh mal hin? A oder B. Okay, wir laufen. Wir laufen einfach. Lass uns laufen. Lauf einfach. Wir entfernen. Einer B. Flash kommt. Einer besitzt nur B. Ich sag ja, wir können eher B gehen als A. Aber A ist mehr Action. Ach, das ist mehr Action. Ja, okay. Einer noch. Rot Action! Oh, fuck, sorry. Er zählt 50. Steht lang offensiv. Geht woanders hin. Ja, geht nach B. Geht B. Ja, ich geh B. Geht B. Ich warte hier. Es steht unter der Headshot-Rampel. Ich warte hier, geht B. Ich töte alles, was hier langkommt. Und es ist schon wieder neu. Ich rass aus. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Cosi. Beide Mitte. Beide Mitte, ja. By the way? Wer hat gerade nachgeladen? Ihr? Nein, du bist alleine. Statt, steht irgendwann jemand geladen gerade. Ja, ich habe gerade nachgeladen. Jetzt kommt er. Der steht hier. Der ist hier. Der weiß, dass ich da bin. Der cheatet. Der kann gar nicht wissen, dass ich da bin. Jetzt gucke ich schon und der schießt mich jetzt tot. Pass auf. Wo ist der Vogel? Ich habe ihn noch gehört. Ich habe ihn noch gehört. Wo ist er? Das sind 6 Sekunden. Den töt ich noch, den töt ich noch, den schaffe ich noch. Wo ist er? Wo ist er, wo ist er, schade. Kacke. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Ja, Manni. Wo ich gebe. Ja, lass mal B einfach draufrennen jetzt. Keiner bleibt stehen. Nein, nein. 5 gegen 5 machen wir nur selten. Mit Leuten, die wir schon länger hier haben oder meistens oder so. Oder wenn irgendwie der Moment passt. Oder wenn es draußen nicht regnet oder der Mond scheint. Heute nicht. Heute gibt es kein 5 gegen 5. Ja, go, go. Be rush, be rush. Heute ist Sonntag. Das gefällt den Herren gar nicht. Keiner ist B, 2 B. Heute ist der Tag des Herren. Da dürfen wir kein 5 gegen 5 machen. Einer ist drunter. Nein. Ja, ich gehe runter. Das ist der Eagle-Mensch da noch. Was für? Einer steht K. Warum seid ihr nicht? Echt jetzt? Das war gerade schwach, Alter. Das war gerade schwach von Kollegah Schnürschuhr hier. Wo ist die Bombe? Du hast... Oh nein, oh nein. Warum tust du mir das an? Ach, Mann, Alter. Wer ist denn gelb hier? Ich. Ich kann mich da nicht alleine lassen. Warum bist du eigentlich hinter mir gestorben? Weil er ein Gegner war. Du bist gestorben, weil ein Gegner dauernd. Ich bin doch mal für ein B-Rush. Ab geht's. Dann los! Go! Und jetzt 3, 1, feuerfrei! Hui! Keiner B. Keiner, einer. Anders bitte. Wie einer B. Wir sind doch gar nicht da. Durch, 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 Tobi. Alter, der stand gerade kardisch. Ja, 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 ja! Alter, das ist ein Block hier. Und los! Ja, und schon wieder der, Alter. By the way, by the way, by the way, by the way. Ja, ich lieg nur hin. Da bin ich nur hin. Da nix zum schmeißen. 4. Du das, ja. 3. 2. Ich zählt hier jemand Tunnels. Ne, Tunnels. Tunnels down. Und das ist mit da oben. Liegt hier ne Waffe? Ja. Bah! Hier liegt ne Umpe. Äh, T-Spawn. AWP. Äh, der kommt rein. Na, Aave! Der holt sich irgendeine andere Waffe. Safe einfach. Und weg! Oh, ich sterbe, oder? Das gibt's doch nicht. Oh, ich hab überlebt! Ah, der stand da noch! Der stand da noch! Der stand da noch! Der, 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 der... Hab ich noch einen gekriegt, ne, oder? Scheiße, alter. Die hätt ich noch schön in den Kopf geschossen, gerade. Ich hab voll das, wie sie auf den Kopf gehabt. another tablespoon. Eine Sekunde länger. Und der wär tot gewesen, Alter. So ne Scheiße, schade echt. B? Äh, Hansi, gehst du A, Stress machen? Nee. Ich hab B. Hüüüüö. Hüüü. Hüüüüü. Gees Mal Washington, Wie nix. Boah, den flech war kacke! Wie, wir rushen nicht. Na, logisch ушEN nicht. Ich komm mit bitte. jetzt wissen sie das war nach zählen wir noch eine einer steht die und einer steht da rechts a lass A gehen und Dings auch ich bin schon vb dann gb komm A komm A ist frei ich kann nicht er hat mich gefacet hinter mir lag molly ich habe noch vier AP Also machen die den Kisten-Jump schon einfacher und du machst noch trotzdem den Umweg, ja? Ey, ist mir so scheißegal. Mach gleich ein Barbecue mit mir selbst. Hallo, ich will aber auch was haben. Nee, komm. Leg die für lang. Geh einfach A lang, so bist du. Kurz, schieh sie. Ja komm A lang, komm einfach. Ja komm kurz. Kurz vor ne Flash. Bleib da einfach in der Ecke stehen. Nicht zeigen, bleib da einfach stehen. Immer am besten dahin. Nee, immer auf den Boden zielen. Nee, ohne Witz. Nee, aber in der SSG. Ich hasse diesen Typen, Alter. Ich such den heim und dann bring ich ihn um. Das ist noch aufs Gesicht. Hast du ihn noch erwischt? Nee. Hohohoho. Jetzt sind wir nicht bei mir an B zu decken. Kann sein. Ja, 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 ja. Hohohoho. Hahaha. Okay, wo gehen wir jetzt hin? B wissen sie jetzt. Wir sollten in die Mitte gehen vielleicht. Mitte steht meistens eine. Okay, dann warten wir halt. Warten auf Arm. Wir brauchen eigentlich gar keine Taktik, weil es halt nichts bringt. Na eben. Keine Taktik. Dann sollten wir vielleicht... Ja, weil es eh keiner macht. Okay, keine Taktik. Okay, wir machen keine Taktik. Schau kurz, ich hab kurz. Blick. Fünf. B steht auf jeden Fall was. Ja. Wir müssen eher Richtung A orientieren jetzt. Mitte stepped. Mitte stepped hoch. Boah, Junge, hab ich nicht erschrocken. Alter, was haben die denn für einen Timelack, Mann? In dem Moment, wo ich weggehe, kommt er raus. Müsste noch einer kommen, Yvonne. Einer hat noch ein paar Tandels reingepusht. Okay. Ja, ich leg einfach für lang. Oh, da war gerade jemand. Boah, bitte Smog von mir. Kurz, kurz, kurz. Oh, ja. We're down? Ja, ja. Burn! Ah, geil. Ja, danke auf die Smog. Die Kante hier. Burn! Der hat ne Zeus. Oh, Hanse hat 16 abheben. Oh, Speed Gershin. Wir müssen gehen! War der da? By the way, by the way, by the way. Senpai, Hallöchen und Hallöchen mit uns alle Neuen und so. Genau. Alle, die so neu sind, herzlich willkommen hier bei Hypnos One. Ey, Yvonne, leg mal K. Ja. Irgendwie finde ich dieses Spiel irgendwie schwierig, muss ich mal sagen. Ja, die Safari-Mash. Ja, Mann, ey. Ja, Mann, ey. Ja, Mann, ey. Safari, Safari, Mari, Mari. Wo geh mal? Komm, ich geh mit. Ich geh mit. Weil B da. Ich meh da alle um. Und dring dabei noch rum. Keiner B. Keiner B. Keiner B. Wie kann er B? Hast du doch gar nicht geguckt bei B? Du blockst noch nicht. Oh! Ich bin Basketballspieler nicht. Ich bin Wabgespieler. Ich muss blocken. Geh doch einfach B cosy mit der Bombe. Geh B. Warum? Weil B frei ist. Ich geh schon. Okay, Mann. Immer dieser Stress. Immer dieser Leistungsdruck. Hü! Hüpf! Ich... Ich hab keine Lust mehr. Äh, zwei lang raus. Einer Mitte. Bombe has been planted. Ah, da kommt. Double Doors B. Warum seid ihr denn eigentlich Staub? Äh, drei lang raus kaputt stand. Defused. Mehr links. Weiter links. Weiter links. Weiter links. Hohohoho. Alter, hab ich lange überlebt. Alter. Hab ich lange überlebt. Das war grad so ein richtiger Zirkus. Äh, ja. Ich könnte theoretisch kaufen. Ich kaufe jetzt ne Awe. Jawohl, dann kaufe ich rein. Jawohl. Äh. Low Kevlar. Super spät für B. Kann sein, dass einer schon B ist, aber... Ich hab nichts mehr gesehen weiter. Scheiß, wo kacke... Ich suche einer B, einer B jetzt. Ich suche 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 einfach. Rennt auf B drauf. Leg die Bombe. Damit haben die Zeit... Oh, ich hab die Bombe schon wieder. Gosi B, Gosi B, Gosi B. Irgendwann ich. Warum hab ich die Bombe? Lass die Bombe aufpushen. Lass Dev spielen, bitte. Leg die Bombe bitte B einfach. Ja, ich komme. Einer Mitte unten. Könnte über Window jetzt kommen. Ich hab Katas. Ich hab Katas oben. Window down. Warum? Ich dachte ihr, ihr beschützt mich da. Was habt ihr gemacht? T-Spawn. 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 Warum bin ich gestorben da gerade? Ich hab Katas oben nicht. Ich hab Katas oben nicht. Ich hab Katas oben nicht. Ich hab den T-Spawn. Der Kosi ist gestorben. Deswegen konnten wir nicht planen. Was? Ich schieß auf die Kiste. Was? Der Window. Ich hab Katas oben. Wieder. Was? Ich hab Katas oben. Ich hab auf die Kiste geschossen? Nein, ich hab nicht auf die Kiste geschossen. Einer konnte die Rampe. Katas down. Ich hab den Finger vom Abzog nicht bekommen. Habt ihr gesehen? Ehehehehe. Aaaaaaah. Kann trocken. Ey, kann ich nicht mein Ding kaputt machen? Du doofe Beste. Sei schön anstieg mit meinem Dingbomben. Alter, was ist denn jetzt auf einmal? Voll der Stress hier, Alter. Meiner. Kann man nicht mal in Ruhe einen Kaffee trinken hier, Mann? Wir sollten lieber A machen. Ja, ich. Oh, geiler Flug gerade. Geh ich mal nach B und dir sag ich soll A machen. Ihr wisst auch nicht was ihr wollt. Anlang einer drin. Anlang einer drin. Anlang einer drin. Anlang einer drin. Kurz einer down. Komm kurz, komm kurz. Ja, ich bin kurz. Ah, das tut gut. Der steht da auf jeden Fall. Der steht da auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall einer. Wahrscheinlich Double Doze drin immer noch. Hinter mir. Ah, das ist unten. Mit unten down. So, jetzt kann ich mal ein Kaffeechen trinken hier. Ich bin kurz. Ah, das tut gut. Ist der down, ja. Naja. Bin noch nicht auf dem letzten Platz. Kann ich ja noch einen Kaffee trinken. Langsam. Nice, du hast eine Zeus. Was ist mit Zeus? Erstmal tassen die Gegner. Erstmal tassen die Gegner. Erstmal tassen die Gegner. Dilosch sagt irgendwas mit 100%. Oh Mann. Hast du nicht mal Global Elite? Also in diesem Leben noch nicht. Im letzten Leben vielleicht. Rossops. So. Nimm mal die AK-47. Ist zwar ein bisschen eintönig, aber warum nicht? Was machen wir? A oder B? Probier mal A. Schnell rein. Schon gut zu spawnen. Bei B. Hü. 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 Okay, gut. Einer Minus 50. Einer Long is down. Ehm. Der. Ogiani hat Minus 50. Der war B. Flowing Smoke. Flowing Smoke. Ich kann da kommen. A ist safe. Gerührung. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ist natürlich noch. Der stand. Hier in der Ecke. Kurz deiner. Ja. Ja. Ich hab früher lang gelegt. Ich geh lang. Hier hinten. Da ist einer bei B. Es kommt der hier lang marschiert. Flowing Fire. Komm schon. Komm schon. Der kommt nicht. Unter dem CT spawnen. Unter dem CT spawnen. Ich komm von hinten. Achtung. Ich komm von hinten. Achtung. Ja. Warum auch immer der Geduck da lang läuft. Wo? Da ist er. Der hat, der hat minus 53 gehabt. Da ist er. Ohne Witz. Das war so geklaut. Oh hell. Der hat seine Scheißfüß geschossen. Also. So. Einmal durch die Füße durch. Oh ho ho, oh ho ho. Heel. Oh hoho. Ja er ist der GottLY check. Okay, ich habe Magie eingesetzt. Das war jetzt gemein, oder? Ich habe Magie eingesetzt. Ich gebe ihn. Ich gehe, ich gehe, ich gehe da lang. Eigentlich höre ich gar nichts, Leute. Wisst ihr das? Mein CSG, ich höre gar nichts. Ich muss mal lauter machen. Alter, du machst das Feuer hier. Da brennt das nicht in der Pusche noch an, Mensch. Leute, ich muss lauter machen. Ich höre kaum was. Bomm ist Mitte. Bomm ist Mitte, okay. Weil ich nicht reingeguckt habe, weil in dem Moment Bomm in Mitte gecallt, weil ich auf die Map geguckt habe. Ich bin nicht dauerhaft rum. Ich höre nichts, scheiße. Ich höre nichts, mein CSG, ich habe zu leise. Wenn ihr ruhig seid, höre ich auch was. Ich habe ganz leise bei mir, ich höre kaum was. Mitte unten down. Ich muss erst die Runde zeigen. Meine B, glaube ich. Vielleicht Tunnels. Oh, Cosimo, Alter. Lass dir Zeit. Geh unter Terroristen. Oh, Tag 9. Okay, dann muss ich kurz machen. Das Problem war, ich habe halt in dem Moment kurz nicht reingeguckt. Du standst vorne und du hättest die Steps dann hören müssen. So, jetzt. Jetzt habe ich auf jeden Fall von der Lautstelle. Ich habe ganz gehört, alter Schwede. Ich spiele die ganze Zeit blind. Auf B. Geh wieder kurz. Ich bleibst lasst. Nein, ich habe ganz leise bei mir gehabt alles. Jetzt, jetzt höre ich wieder was. Oh nein, ich habe mir gar keine Ahnung. Kann ich noch was kaufen? Ich weiß nicht, ich bin letztens schon lang gegangen. Oh, Scheiße, ich habe vergessen, mir eine Waffe zu kaufen. Na ja, wer braucht schon eine Waffe? Lang eine weg. Warte mal, hat der eine Waffe für mich? Was ist das? Das hat Eagle, Scheiße. Ist zwar geil, aber es ist zu laut für mich. Nee, ist zu laut? Ja, man, die ist zu laut. Lange einer. Das ist jetzt nicht mal, den hätte ich so leicht killen können, alter. Was habe ich wieder angestellt, Junge? Den hätte ich so leicht killen können und ich schieße völlig da nie, Alter. Was ist los mit mir? Boah, der ist ja wirklich hier. Ich glaube, ich muss das mal. Der ist im Tunnel. Du musst die FPS mal lösen. Warte, nein, nein. Kurz, letzter Kurz. Meine FPS ist richtig geil eingestellt. Verstehst du? Ja, Bombe ist bei mir, aber Lower Tunnel. Ah, der ist bei mir unten. Er ist born. Nimm mal einen Fremdrequist dann. Was heißt dein Fremdrequist? Wo ist die Bombe? Weiß ich nicht. Achso, Bombe ist Lower Tunnel. Er schizit die 7 HP, wenn ihn keiner gehütet hat. Oh, schön. Mensch, ja, da ist eine Sniper. Er will nicht die Scout saven, okay? Mensch, du hättest die nehmen können für Flo. Der braucht die immer. Der sammelt die mir nicht. Der hat schon ein ganzes Arsenal voll damit. Knabe kaufen, wenn du willst. Ich kauf mir eine Auk jetzt. Alter, ich wohne. Warum nicht? Wer blockt denn da schon wieder? Ja, wer blockt denn da, Alter? Wir hatten ein Blockhaus, Alter. Wir wohnen in einer anderen Haustkanzi. Ich wohne in einem Meer. Guckuck. Ja, das ist mit zu oben noch. Da sind halt zwei, die langen Decken aus. Was halt gerade so geil ist. Oh mein Gott, das ist noch eine Mitte. 14 HP. 16. Ich sehe nicht. Irgendwo, ja, vor A lang noch einer. Wo sie zwei, ein oder zwei vor A lang. Ne, einer, der letzte vor A lang. Oh, schau, schau, schau. Was heißt A lang? Kommt jetzt einer hier? A lang ist auf weh. Bombeskurs. Bombeskurs, bombeskurs lang. Ich fahr' wir einen Mütter. Ich bin einmal getroffen. Kurzbeschläge. Aber der kann Short kommen, ne? Der hat 15 AP. Versteck dich in deinem Auto einfach, und weil es bist er legt. Setz dich am besten rein. Und fahr' weg. Kann ich dann fahren? Egal, Scheiben sind verdunkelt, also. Wir sind einfach bei deinem Auto sitzen, und denken, sind wir dann beide damit gesprochen. Oh, ja. Top. Puh, dieser Stress. Wo ist er denn jetzt? Der geht E-B. Der geht E-B locker, ja. Scheiß. Ja, locker B. Ich glaube, der hat auf A gesplänzelt. Nein, der ist B. Der ist auf K. Schaff' ich nicht, oder? Doch. Wenn du heute noch losläufst. Der ist, ah, der verplänzelt. Achso, bist du sorry. Jetzt schaffen wir's nicht mehr. Wir schaffen's nicht mehr. Äh, doch, ihr habt noch ein Kit. Ich hab keinen Kit. Der hat 15 HP. Dann los. Wir müssen nur mal anpusten. Wo ist er? Hinter der Box, an der Box, links. Kusi. Was machen wir denn? Ah, hm. Oh mein Gott. Kein Kommentar zu dieser Runde. Schau, wird man vertippt. Einfach keine Kommentar zu dieser Runde. Das war groß, ey. Sarah, du hast gerade mächtig Glück gehabt. Ich war dabei, dir eigentlich einen Headshot zu geben. Du hast irgendwie Glück gehabt, dass ich nicht getroffen hab. Du hast so'n Glück, dass ich gerade so scheiße spiele. Ich kipp dir einfach nur den Headshot, ey. Sarah, du hast so'n Glück gehabt, dass ich gerade so, dass ich nichts treffe. Ich hab den Fiegel bekommen, dankeschön. Du hättest so'n Headshot bekommen, aber Gott sei Dank hab ich nicht getroffen, Mann. Gott sei Dank hab ich nicht getroffen. Alter Schwede, hab ich gerade eine Scheiße gespielt. Mann, Mann, Mann. Echt, das ist Mitte unten? Jemand kurz im Blick? Kurz schon durch, ja. Einer ist Tunnel, hol ich jetzt. Doch nicht. Hey, Wommel. Hä, ich hab den gar nicht getroffen. Ja. Alter, was ist denn, ich bin eine Scheiße. Ich muss erst mal runtergehen zum Lachen. So, ich komm wieder hoch. Okay. Ich bin kurz... Gib nur noch eine. Ich hab A. Ich hab, ich hab, ich hab ne AUG. Was ist denn jetzt? Wo sind denn die alle? Ich bin aufgeregt. Ich bin völlig verwirrt. Ich krieg mich gar nicht mehr ein, Mann. Oh, sorry. Gib mir lieber... Ich hatte 20 AP. Also, mit Dankeschön. Das war schön gerade. Mitten in your face sogar. Mit, 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 mit Visier sogar. Ah, was ist denn? Weil du gibst mir 25 in zwei. Hättest du mich nur einmal getroffen, hätte ich überlebt. Let's go. Wieso ist Sarah eigentlich auf K? Ich spinke. Hä? Ja, Sarah, geh mal nebenbei aufs Töpfchen. Mitte oben steht ein Scout. Ja, ich bin kurz... Ich werde jetzt sterben, ich spüre schon. Ich spüre den Ton. Ich war Lower Tunnels. Äh, Bombe ist B. Bombe ist B. Ich bin low, kurz. Oh, was mach ich da? Cosimo. Hi, kurz bist. Wieder da. By the way, by the way, by the way. Bombe ist B. Ja, komme. Laufe, komme, atme. Ich weiß nicht, warum Cosimo da jetzt lang läuft. Na, wir sollen doch B gehen. Ey, Bombe ist down auf B. Ja, na, wir gehen da jetzt in. Ich bin mitte unten, ich hab mitte unten. Können im Moment nur von Kados kommen. Mal lang, Leiner. Ja. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ist doch klar. B. 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 By the way, by the way, by the way Alter, guckt euch diesen Skin, dann zieht der nicht Den hab ich bekommen, weil ich Kose gegarried habe Ich hab auch einen Skin, mit einer Duels Ich komm jetzt niemals auf B rauf, ey Du bist der Erste der stirbt, das war witzig Natürlich ist der Erste der stirbt Rot kassiert ja auch von mir Bretter B ist was Aber ich hab noch einen, es sind zwei Leute noch auf B mindestens Hast du Bombe spottet? Ne, ne? Nein Könnte ja dahinter sein Komm von kurz Bombe B Boah Junge Komm Mitte Beim Auto Window Window down Einer noch Auto Go Sarah, push 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 Ah fuck Nice Jetzt kommt Kosi und töte noch irgendwen, pass auf Kosi rechts am Auto Ey macht mir keine Scheiße, ich töte euch alle Ey ich töte euch alle Du geh mal weg, ich brauch ne AK47 Vielleicht ich irgendwo noch eine Ja, aber du kannst mir die M4 geben Und dir eine neue kaufen Mensch Flo, man muss dir immer gehen Ja gut, dann kauf ich mir ne eigene Nein, ich geb sie dir Ne, ich hab mir ne eigentlich schon gekauft Hehehe 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 Habe ich mir noch ein Defuse Kit ne Ja Ich werd geizen Ich hab keins Letzte Runde ist mein Kit Cobra Flo wenn du stirbst kriege ich dann deins Ja ähm, Bombe B, Bombe B, hat 1 in 1, ich habe ihn mit der Flash abgeworfen aber ich habe schon einen Flash Kill gemacht, in der Tat ja, ich auch, aber ich habe halt die Flash geworfen, in dem Moment komm da raus bei CSS damals noch, und dann ist die Smoke wieder so riesig da sag mal, danke by the way, by the way, by the way ja, es ist doch klar, dass er doch schon wieder mit einem Schuss ja, die Hill ist One-Shot immer, egal wohin wo ist geplantet? auf A oder B? und vor dir äh, auf C hinter dir ist noch einer ich glaube, die Bombe ist auf Mirage Leute, na, ich warte hier einfach, oder? ja, ich warte ich warte einfach nee, nee, geh auf B ich habe sowieso keinen Defusion Kit geh auf B, egal ich warte hier einfach bestimmt ist das Wetter, aber man na, ich bleib hier hier ich habe das Gefühl, es soll hier stehen bleiben vielleicht kommt ja noch einer vorbei, oder so ist halt so, jawohl ich bleib hier sitzen, ich bleib hier stehen keiner gekommen sehr enttäuschend hätten sie ja ruhig mal sich blicken lassen können ja, finde ich auch ich habe extra gewartet so, ich trau mir jetzt ein Defusion Kit, ne? damit jeder Bescheid weiß hab ich ja auch oh äh ich bin gerade wieder reingetoppt sorry und hab dann Linkskling nur gemacht damit ich wieder ins Spiel komm hehehe hat er schon auf B drauf? wie was? wie was? kann auch, ob da unten was sein da ist noch eine Scout an einem 4 einer down Mitte frei ich hab ihn noch gesehen ich hab eigentlich Schuss abgefallen einer steht noch Tunnels Hättchen Damage nicht bekommen Hättchen Damage nicht bekommen will ich noch nehmen? einer ist beim T-Spawn mit einer Aave wenn hier ist Sarah, denk ich hat Hanzo so viele Leute, die ihn flammen für Stamming und Cheaten auf seinen Account weiß ich, ob der von A kommt Kadaz, HE mit der Smoke wer ist Enzo? Hanzo, wer soll es sein? langstappt langstappt A ist Smoke A ist Smoke A ist Bombe ja Leute by the way by the way guck mal Flo wir haben beide gleich viele Abschüsse schwach Flo Flo noch einer mit Aave jetzt hat er einen mehr der Streber da haben sie den Jump schon einfacher gemacht da haben sie ja eh ich wollte es grad sagen ja ja der hätte Aave ne die hat alles getroffen ja ich weiß keine Ahnung der Nade kann halt nicht mehr da wurde er nervös haben wir richtig gesehen Bäm, geile Explosion Alter, das ist ein Scout Kann jemand was droppen? Dropping? Wollen wir mal Eco machen hier? Ach, er droppte die AK ja auch noch Kills auf meiner M4 auch überall noch Kills auch überall noch Kills folg einfach Sarah, da krieg ich gleich ne Waffe Hallo Hi Oh da kommt jemand wo 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 Mitte raus oder was? Oh, da oben einer zwei ich geh kurz offensiv Aua Wo ist deine Waffe denn jetzt? Mitte oben rechts Mitte, was machst du? Alter, Mitte auf der Box kurz kommt durch Niki nicht sehe, sieht er mich auch nicht, oder? Ich sehe immer gar nichts Doppelkill Alter Schönen Einhorn So Leute bei A, ja? Ich hab bei A Doppelkill gemacht, das ist aber noch einer Die sind bei A Leute Ja Ich hab zwei bei A gekillt und einer ist noch Der Rest ist euer Ja Hängst neben mir Ah, Motti Der ist bei mir Der geht andere Seite rum Der steht K Der steht K Ich hab' das Mir ist etwas Ich glaube Ich habe das Ich glaub ich noch Ich hab' das Ach, das ist so gut Ich hab' das Wieso bin ich gestorben? Ach, das war ich nur so wenig AP hatte, ok Na, wollen wir uns die eine Runde noch holen? Nee. Nicht? Okay. Möchtest du nochmal Eco machen, oder? Ich koch mir jetzt mal einen Diegel und renn mit auf B. Flo guck mal wir haben gleich viele Kills. Du musst dir Mühe geben Flo. Lang. Lang ist großy. War eher Richtung kurz die ganze Zeit. Möchtest du mal zusammen kurz pushen? Komm du zuerst. Ja! Komm das kommt da. Hat da voll in die Presse bekommen. Einer Todesgang. AWP minus 50. AWP Teasbon. Möchte hat minus 50. Habt ihr gerade Easy Kill gesehen? Ja manchmal, manchmal ist es komisch, oder? Also... Aiming ist... Flo und wir haben beide 16. Korrekt. Flo. 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 Tja. War doch easy, oder? Zwei schöne Kills zum Schluss gemacht, oder? Zum Schluss habe ich wieder geglänzt mit hervorragendes Gameplaying. Ja, manchmal... Manchmal habe ich so meine Momente irgendwie so... Ja, ich würde sagen Leute, wir haben zweimal schön gewonnen. Wir sollten uns dabei belassen, oder? Jetzt ist der Abend schön, würde ich sagen. Ey, wir haben zweimal gewonnen, das erst haben wir verloren. Nein! Sag doch nicht sowas! Flo, du musst positiv denken! Oh, Mann! Ja, Flo, sei doch nicht so negativ, Mann! Sei doch mal ein bisschen positiv! Leute, ich würde auf jeden Fall mal sagen... Ich bewahre dich nur vor dem Downrank. Ja. Als dein Wächter. Flo, 16, 16 haben wir beide gerade gespielt. Ja, ja, deswegen, ich bewahre dich. Nee, du hättest da mehr haben müssen. Um mich zu bewahren, hättest du mehr haben müssen, wie ich. Du hast mich nicht bewahrt. Nein, nein, nein. Ich habe nur teilgenommen. Achso, am bewahren, meinst du? Du hast teilgenommen am bewahren... Ah, verstehe. Ich bin cosy-hard gecarried. Ich muss ja immer noch gleich oder unter dir stehen, weil ansonsten... Naja, ansonsten gehen dir die ausrechnen aus, meinst du? Ja, weil als dein Schüler kann ich doch nicht besser sein. Ja. Irgendwie so hast du da vielleicht recht, glaube ich. Auf jeden Fall würde ich sagen, erstmal alle vielen Dank fürs Mitspielen. Ich atme jetzt mal kurz die Hose durch und dann gucke ich mal, was ich nochmal mache. Okay? Wir haben ja zwei Runden gespielt. Vielen Dank erstmal alle, ja? War voll geil mit euch. Ich liebe euch, okay? Also... Bis dann, ne? Tschüss, tschüss. So. Disconnected. Okay. So würde ich mal sagen. Für die YouTube Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. War witzig, oder? War ein witziges Game. Ab und zu, ab und zu mache ich echt so ein paar epische Dinge, oder? Naja, das darf halt nicht so auffallen, ne? Darf nicht so auffallen, ne? Darf nicht so auffallen, dass ich so eine hervorragenden Reflexe habe. Sonst, naja, spricht sich das nachher noch rum, oder? Und dann muss ich bei der ESL mitmachen. Muss ja auch nicht sein, oder? Immer dieser Leistungsdruck. Ja, immer dieser Leistungsdruck. Muss doch nicht sein, Mensch. So, okay. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich bin YouTube bei dir. Juhu! So.